Ja, im Endeffekt ist das ja, wie du es jetzt schon erwähnt hast, diese Retrospektive ist da quasi der wichtigste Stichpunkt sozusagen, bei dem man ansetzen kann, weil es halt natürlich in ganz vielen Fällen so eine Mindset-Frage ist, dass man, wie du es ja mit dieser Bundeswehrgeschichte schon erwähnt hast, das ja eher mal dieses Verständnis erfordert, dass es diese zwei Unterschiede überhaupt gibt in gewissen Prozessen oder Kontexten, dass es nicht nur darum gehen muss, dass ich einfach nur sozusagen mit der Welle mitschwimme oder mitsurfe und dann halt das nehme, was kommt, sondern dass ich durchaus auch irgendwie Dinge vielleicht aktiv für mich zurechtlegen kann in einem bestimmten Prozess und das Schöne ist, wenn man mal dieses Mindset irgendwie sich zurechtgelegt hat, dass es da zwei unterschiedliche Dinge gibt, die man jetzt nicht irgendwie, glaube ich, bewerten müssen, ob jetzt irgendwie Agieren immer das Beste ist und Reagieren, dass das einen ganz anderen Stellenwert haben sollte und so, also darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dieses Verständnis dafür zu entwickeln, in welchen Situationen kommt man in das eine oder in das andere, weil das führt natürlich zu einem ganz anderen, teilweise Teufelskreis und teilweise kann man das natürlich auch positiv nutzen, wie du es ja schön mit Eisenhauer-Matrix runtergebrochen hast, das ist quasi genau der erste Schritt, wo man anfangen muss, dieses Verständnis zu entwickeln, was bedeutet das denn für, sage ich jetzt einmal, meine Arbeit oder mein Team oder mein Projekt, dass es diese Unterscheidungen gibt und vielleicht auch diese vier quasi Definitionen, wie Prozesse laufen können. Also, das war ein Beispiel der Z Vielen Dank.